Das ist doch gefährlich. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Stefan Jovetic. Strohmann. Sehr fick hier. Der passt ganz genau. Postenodal ins Tor. Zonsi. Super Einsatz vom Torhüter. Entschlossen, geklärt. Lukas. Payet. Tor durch Payet. Tor durch Payet. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Jetzt der Schuss. Und der Triff. So kann man auf jeden Fall mal starten. Gleich im ersten Spiel trifft er. Spätestens jetzt dürften alle von diesem Transferverzeigen sein. In der Wiederholung sehen wir es nochmal. In der Wiederholung sehen wir es nochmal. Vielen Dank.